Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla, meine Freunde. Wir sind jetzt hier und wollen mit Bierstern sprechen, aber ich weiß gar nicht, wo ist sie denn? Ach gut, irgendwo da drinnen, alles klar. Dann laufen wir einfach rein. Ach, da hinten ist er ja. Und, was haben sie mit dir gemacht? Du bist ja total paralysiert. Und zitternd tust du auch, hast du Angst? Ich tu dir nix, keine Panik. Ich will nur mit deinem Herrchen sprechen. Bierstern, Estrid meinte, du wärst hier. Eivor, Grundgütiger, du hast Eros-Bogen gespannt und mich mit meiner wahren Liebe vereint. Haben deine Tane gefragt, wieso du Estrid nicht suchst? Tja, sie haben gefragt, ja. Ich sagte, es wäre hoffnungslos und legte mich weinend da nieder. Ein hübsches Schauspiel. Das reicht vielleicht nicht. Nein, der Wind streicht uns sacht übers Gesicht. Und ich bin fernab von den tratschenden Türen Colin Casters. Lass uns jagen. Oh. Ja, dann komm. Steh auf. Steh auf. Ja, heute noch, alter Mann. Sieh zu. Wir gehen mit Wawwau jagen. Und was genau jagen wir? Einen Eber. Ein majestätisches Tier, nicht wahr? Mit wildem Feuer, flammenden Augen und tödlichen Hauern. Ich kannte einmal eine starke Schildmaid, die auf einem Eber in die Schlacht tritt. Sie nannte ihn Baustenblitz. Wie wunderbar skurril. Deine Geschichten sind wahrhaft hörenswert. Wir reiten nicht auf unseren Ebern, wir essen sie. Ein Festmahl zu Alfidas Ehren. Ein Festmahl für deine Geliebte? Birstan, wenn diese Täuschung aufliegt, nimmt dir König Elfrid deinen Titel. Unser Bündnis wäre wertlos. Sei unbesorgt. Ich werde diskret sein. Wir speisen nur mit ein paar Freunden und Angehörigen in meiner Halle. Dort werden wir unsere Freundschaft besiegeln. Schon so bald nach dem Luchnaus hat? Wird man mich nicht erkennen? Nein, du bist nur irgendein Däne. Wer sollte sich bei all dem Chaos an etwas anderes als die Schreie der reizenden Estrid erinnern? Es sind deine Lande. Ich vertraue deinem Urteil. Wie geht das Alfida? Sie ist feurig. Wir haben unsere Liebe aus Jugendtagen neu entfacht. Selbst Elurik ist eine willkommene Ergänzung. Er ist mir ein jüngerer Bruder und Sohn zugleich. Ach, ich werde ihm so vieles beibringen. Ja, hier ist es. Hier jagt es sich am besten. Also sind wir da, ja? Ich sehe nichts und ich höre noch nichts. Aber ich fürchte, ich werde es früh genug sehen. Und vor allem spüren. Okay. Ach, getötete Eber. Wir sollen mehrere jagen? Oh, so. Oh, da ist einer. Komm, die Tafel füllt sich nicht von allein. Ich werde das Schmack auf der Mark aus deinen Knochen saugen, du Teufel. Ein Schweinsgescheid. Eber. Eber. Eber, mach mal gechillt. Die Armen. So, da vorne ist noch einer. Er wollte jagen und ich mache die ganze Drecksarbeit hier, oder was? Ja. Ja, das ist ja immer. So. Autsch. Der habe mich platt gelatscht. Du wirst meiner Liebsten gut schmecken. Eine Lände, die ihrer würdig ist. Komm, die Tafel füllt sich nicht von allein. So, noch zwei oder drei Stücke. Da sind noch zwei. Ja, insgesamt sind es noch drei. Vier. Oh, das wäre die einmal mehr. Vier. Okay. Jetzt schnappen wir uns den da jetzt noch. Das sind wahre Eisbären, aber lecker. Vielleicht hätte ich mal treffen sollen gerade. Das wäre vielleicht eine ganz gute Idee gewesen. Huch. Sieh dir das fette Schwein. Es wird an den köstlichen Braten abgeben. Da kommt schon der nächste Angerand. Den darfst du nehmen. So. Okay. Okay, ich glaube schon. Okay. Warum durfte ich den gerade nicht verhauen? Und jetzt noch einer, ha? Jo. Da sind zwar noch zwei, aber wir wollen nur noch einen. Ja, komm schon. Das sind wahre Bestien, aber lecker. Mein Ohr, schmerzt. Wir waren recht gut, Evo. Neunmal Leder. Jetzt ist noch einer. Okay. Will der angreifen? Ne. Ja, was machen wir jetzt? Trif, 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 Trif und Alfie, da. Okay. Wie liegt der denn hier? Oh. Oh. Den hat es aber gut zerlegt hier. Ups. Hat Evo da bloß wieder angerichtet. Da ist ein Piepmatz. Soll ich mir den mal schnappen? Upsa. He he. Was gibt's von dem? Reierschnabel. Okay. Keine Ahnung, was ich damit machen soll, aber von mir aus. Wer bist du? Oder wer seid ihr? Was macht er denn da? Entschuldige bitte. Ah. Ich nehme mein eigenes Reibtier. Und los geht's. Hör. Wie lauten deine Pläne für deine Familie? Diese alte Liebe birgt viel Neues in sich. Alfie da hat sich verändert. Das Mädchen, das ich einst liebte, liegt hinter Jahren der Mühsal verschüttet. Und Elorik? Ein weicher Knabe mit dem entschlossenen Herz seiner Schwester. Dass sie sich so nahe stehen, spricht für sie. Er sieht mich oft sonderbar an. Seine Augen blicken verstohlen und bekümmert, wie ein Hund, der die Gärte des Herrn erwartet. Das bereitet mir wirklich Sorgen. Kann ich zugleich ihm, ein Bruder und seiner Schwester, ein Liebhaber sein? Gib ihm Zeit, Berstern. Er hatte seine Schwester sein ganzes Leben lang nur für sich. Ja, ja. Aber sag mir, Eivor, bist du dem Zauber meines Vögleins erlegen? Ihr Blick allein kann Knie zum Zittern bringen. Sprichst du von Estrid? Sei nicht schüchtern, das steht dir nicht. Schüchternheit ist nicht der Grund für mein Schweigen. Wir kamen uns nahe. Mehr sag ich nicht. Nun gut, ich frage nicht weiter. Ich will nur sagen, wie froh ich bin, dass sie nun eine neue Möglichkeit hat, ihr Glück zu finden. Weiß Gott, bei mir fand sie es nicht. Doch das sind düstere Gedanken und ich lasse nicht zu, dass sie die Oberhand gewinnen. Heute Abend speisen und feiern. Ich darf mich nicht sehen lassen. Eine Kapuze wäre gut. Leute, ich bin mit ihm zusammen unterwegs. Habt ihr sie noch alle? Boah. Was für kaputte hier. Da läuft man neben deren Herren da lang und trotzdem verfolgen die einen. Das ist schon krank. Wirklich. Die haben alle kein Vertrauen. Okay, mir kann man eh nicht vertrauen. Besser ist. Hm? Was ist denn nur kaputt? Kennt der Typ auch mal eine gerade Linie zu laufen? Der schlägt Haken wie ein Hase. Huch. Naja, Eva, ich weiß wie du dich fühlst, wenn man da so in der Dings runterknickt. Das Pferd haben die Seele nie so in Aufruhr versetzt, wie es die Jagd tut. Doch nun, da meine Alfida hier ist, ist alles anders. Ach ja, er und seine Alfida. Ja, er und du? Ach, Bürstern. Du hast versprochen, wir würden uns nie trennen. Nicht für einen einzigen wachen oder schlafenden Moment. Und schon jetzt schleichst du dich davon zur Jagd. Ha, 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 zum Wohle des Festes, meine Liebe. Wir schulden unserem Freund viel. Und ich schwor, diese Schuld mit Spanferkel und Ale zu begleichen. Schwester, hast du vergessen, wo du bist? Ich habe ein Recht darauf, glücklich zu sein, Elorik. Oder soll ich auf ewig das Kindermädchen spielen, du undankbarer Bengel? Glück, ja. Aber du beschämst dich jede Nacht, wenn du bei diesem geilen Bock liegst und schnaufst und schwitzt. Hüte deine Zunge. Sonst kommt so manches ans Licht. Was denn? Dass du zu diesem launhaften Mann zurückgekehrt bist, der dich vor Jahren für ein fränkisches Liebchen versetzt hat? Dass er dann bei einem schlechten Luchnersatz-Schauspiel von diesem Deinen entführen ließ? Sieh dich vor, Junge. Oder dass du dich von ihm begrapschen und ins Bett führen lässt, ohne eine Gegenleistung. Ganz ist, Sechse tuschelt schon. Er ist noch verheiratet. Seine Frau ist frisch entführt und du bist nicht mehr als seine... seine... Ich schenke dir meinen Sohn, undankbarer! Sohn? Alfida? Bitte, mein Junge, ich... Das werde ich dir nie vergeben. Niemals! Oh. Oh, Herr! Welch frohe Kunde! Gond lächelt auf uns herab! Estrid wurde von Elfrids Männern gefunden. Sie sind unterwegs, sie zu retten! Oh. Was ist denn Scheiß? Ich lasse nicht zu, dass unser Plan misslingt. Nichts ist dir gewiss, bis sie im Frankenreich weilt. Ich kümmere mich darum. Und wenn ich dich einmal rufe, wirst du kommen. Darauf kannst du dich verlassen. Okay, das ist... Ich wollte es dir sagen. Schon so oft. Still, mein Engel. Gräme dich nicht. Er hasst mich. Was habe ich getan? Wir müssen ihm nach. Er wird in der Nähe sein, Lämmchen. Es wurde viel gesagt. Wenn er wirklich mein Sohn, unser Sohn ist, müssen wir daran glauben, dass er zurückkehrt. Okay, das ist... Also, krasse Sache. Na, Brotkäppchen? Was machst du denn hier? Oder soll ich Merida sagen? So, was haben wir hier? Irgendwer zu quaken? Nee. Der da. Machst du mir schöne Augen, Herr? Du bist Bürsthans Däne. Glaube nicht, deine Taten wären unbemerkt geblieben. Sag mir nur dies. Ist Estrid sicher? Und glücklich? Sie ist glücklich. Mehr weiß ich nicht. Gut. Nun geh. Und sollten wir uns wiedersehen, wirst du durch mein Schwert fallen. Warte. Da bin ich. So, ich lebe noch. Und nun? Hä? 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 Feiglich. Okay. Immer diese leeren Versprechen. So, wer bist du? Ey! Redest du mal mit mir? Estrid hätte dieses Land regieren sollen. Ich wäre ihr überall hingefolgt. Ja, und nun? Das war schon wieder. Gespräche seid ihr ja nicht gerade, ne? Ja, gut. Da kommt Wolfi. Komm her. Wir haben zu tun. Wir müssen ganz schnell raus. Ja, ich habe gesagt ganz schnell. Und er schleicht hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt haltet mal die Luft an, Läufchens. Wir haben zu tun. Ich habe keine Zeit mit euch zu spielen. Okay. Okay. Ja, gib doch mal Gummi. Wie oft soll ich denn noch drücken? Ja. Hoppala. Entschuldigung. Ich habe ein Eichhörnchen überfahren. So. Da hinten, oder was? Wird da auch Rolf gefangen gehalten? Es tritt ist der Freiheit so nah. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Abwarten. Halli, hopp. Scheint keiner mehr hier zu sein. Doch, da ist jemand. Da unten sind welche. Halli, hopp. Oh. Wie kann das sein? Lok. Bleib bei Estrid. Schütze sie mit deinem Leben. Ohne sie ist alles verloren. Für uns und Birstan. Komm Herren. Sie dürfen dich auf keinen Fall zurückbringen. Hose! Oh. Bei Oden. Nein. Okay. Wow. Autsch. Der ist denn er? Der ist ja cool, der Kerl. Willst du sterben? Ich möchte er. Definitiv. Ich lasse dich ausbluten. Aua. Ich habe ihn schon. Okay, da ist der nächste. Wieder so ein Dickerchen hier. So. Gute Nacht. Mal kurz auf den Weg. Weil das tut weh, wenn der einer gestandelt ist. Junge. So. Jetzt ist Feierabend hier. Und tschüss. Mann, oh 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 Mann. Oh oh. Da geh mal weg. Das Schiff darf nicht ablegen. Wer bist du? Ach so. Nee, 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 nee. Dich brauche ich jetzt gerade nicht. Ach so. Der gehört nicht zu uns. Oh. Ich werde die Klingel. Oh. 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 auch nicht schon wieder so einer ich bin doch schon da was denn ich muss ganz viele von denen töten dann ist es endlich erledigt dieser typische wieder okay einmal aufladen moment gemacht keine chance das sieht wow hinterhältig angegriffen scharfe waffen saubere treffer sieht nach der klinge eines sachsen haus okay er hätte sich erledigt der kollege einmal den aufhelfen und hoffen dass ich jetzt kein über den kopf kriege den da mache ich noch das gehört haben wir den tod bestätigen da hinten ist etwas okay alle kämpfe in der zeitlupe was ist denn hier ach so muss hier drinnen kämpfen dann schnappen wir uns mal den wenn ich ihn kriege vor wie ich diesen typen hasse und erledigt so wie jetzt muss noch ein paar sachsen kill so jetzt erledigt wiederbeleben so knurr mal hier nicht so rum ja freut euch wir haben sie erledigt jetzt ist Estrid noch da ja da vorne ist er okay bei dem Rollo Eivor Estrid ich versprach dich aus deinem Leben in West Sachse zu befreien das Land der Franken erwartet dich geh mit Aegis Segen du wirst mir fehlen Eivor ist der Winter vorüber folgt der Sommer und wird dich in ein Kleid aus Blumen hüllen denn du bist die Schönheit und sollst nicht vergehen Göttin Freya gib mir mehr davon komm pass gut auf sie auf tapferer Cholf sollte es euch erneut nach England verschlagen erwarte ich euch in meiner Halle was sind Schleimscheißer alter gut sie sind sicher ich habe meinen Teil der Abmachung eingehalten Estrid reist ins Frankenland ich sollte zur Randwitz zurückkehren ach ja oh guck mal hier sind viele Bären ah aber wir sind voll oh ist gut so irgendeiner hier der noch was hat der noch was braucht so das ist so einer den wollen wir nicht da ist was bevor ich hier abdampfe will ich da noch rein wie kommen wir da rein von hier nicht äh ja klar hier natürlich auch nicht muss ich hier runter äh oh was ok kannst du da hoch Ava kannst du das ne kann er nicht ist da zu blöd zu dann schauen wir mal hier kommst du hier hoch ja ähm aber Momentchen mal wie komme ich denn da rein aber von irgendwo muss das ja kaputt gehen hier die Tür warum bin ich denn so schwarz was ist denn hier passiert ah Moment haha ok dann oh Gott sei Dank ich dachte jetzt schon ich bleibe jetzt die ganze Zeit so schwarz so probieren wir es mal so marschee marschee genau ah oh hier brennt es auch noch weg hier wie gesagt ich hab keinen Bock auch zu fackeln ich hab oft genug gebrannt irgendwann reicht's so ach nur ein Schatz dünnern und was zu lesen von Tränen verschmierte Nachricht er weiß nicht wie viele Überfälle und Angriffe wir schon erdulden mussten ich habe gehört die Horden zu zählen die da kommen ich habe aufgehört oh Entschuldigung Räuber, Wikinger, wilde Tiere wir sind so wenige und ich fürchte dass wir hier keine Nacht mehr sicher sein werden guten werden nur noch die Geister unserer Ahnen in diesen Landhausen und wir einst unsere Heimatland die wie eins oh Gott ja mal so mal so mit dem Lesen bei mir keine Ahnung aha na gut mehr ist hier nicht so da sind noch die gucken wir auch die können wir auch mitnehmen das ist ja richtig gut hier sind noch welche geht das na okay wir sind voll dann wer bist du wird jetzt gerade zu Rand wie aber achso das ist sein Kumpane da vorne seht ihr das da will ich mir mal eins von genehmigen okay das war nix gut dann ab zu Rand wie ähm Welt 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 Rand wie ist hier oben gut oh das freut mir oh Gott hoffentlich erwartet uns der jetzt nicht irgendwie eine böse Überraschung weil wir doch Duck erledigt haben ich meine er wollte es nicht anders aber ja mh sieht halt nicht jeder da geht äh Oh. Oh. Was ein Kind tötet, ist ein Feigling. Sie sollten ihn umbringen. So ist es. Doch für lange Zeit gingen der Beschützer und die Gelehrte getrennte Wege. Stets auf Rache für ihren Sohn aus. Doch getrennt fanden sie nur Kummer und Schmerz. Allein konnten sie nichts erreichen, außer ihr Schicksal zu beweinen. Nach vielen fruchtlosen Jahren trafen sie erneut aufeinander und bejammerten ihr Scheitern. Sie schlossen sich in die Arme wie in ihren besten Tagen. Nach dieser Zusammenkunft erkannten sie, was ihnen gefehlt hatte. Nur der Bund, der ihren Sohn erst entstehen ließ, würde sie zum Sieg führen. Also lehrte der Beschützer die Gelehrte zu kämpfen, zu reiten und Spuren zu lesen, während die Gelehrte dem Beschützer Weisheit und neue Kenntnisse vermittelte. Während sie also übten und lernten, wurden sie unzertrennlich. Sie wirkten, aßen und schliefen als eine Person. Niemand sah sie je getrennt, bis sie sich eines Tages am Flussufer trafen. Sie hatten alles gelernt, sie von ihm und er von ihr. Sie gaben sich einen Kuss und trennten sich. Sie reiste nach Westen, er nach Osten. Sie wurden nie wieder gesehen. Doch es heißt, dass einmal im Jahr zwei Adler an eben diesen Ort zurückkehren, um zu verweilen und auf die Fluten zu blicken. Die Bewohner der Umgebung ergötzten sich an den Adlern. Sie hielten sie für ein Omen, ein Zeichen des Schutzes. Sie wurden zu Vögeln, genau wie Loki zum Lachs wurde. Gut möglich. Andere sagen jedoch, die Adler wären ihre Kinder, entsprungen aus einer Liebe, die keine Zukunft hat. Doch wer vermag das schon zu sagen? Eine gute Geschichte. Fantasievoll, aber doch voll der Wahrheit. Ich? Fantasievoll? All meine Erzählungen sind absolut und fast immer wahr. Ja, passt immer wahr. Okay. Dann ab zu Randvi. Ah ja, probieren wir das voll natürlich. Ja. Wen? Petra, was ist los? Nun ja, mein Bruder. Verr sollte schon vor Stunden zurück sein, aber ich finde ihn einfach nicht. Sonst ist er immer pünktlich. Ich würde die Wälder nach ihm absuchen, doch allein wäre es aussichtslos. Hilfst du mir? Zu zweit können wir ein größeres Gebiet abdecken. Wir sollten sofort aufbrechen. Wo fangen wir an? Na, Medishamstede. Dort kauft er seine Gerbstoffe. Ich weiß, dass er manchmal an einer Kreuzung auf halbem Weg Rast einlegt. Okay. Dann machen wir das gleich. Aber für euch erst in der nächsten Folge, meine Freunde. Ich wünsche euch was. Genießt alles, was ihr habt. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr morgen auch wieder einschalten. Dann seht ihr, wie es weitergeht. Macht's gut. Gut. Gut.